So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Ich weiß, die Leute sagen immer, wir finden das immer voll cool, wenn du draußen unterwegs bist und wenn du Forschungen löst, wenn du Raids machst, wenn du Videos machst draußen. Jetzt habe ich heute wieder mal nicht die Zeit gefunden, es sind noch ein paar Sachen, wo Videos von draußen sind, die sind fertig. Jetzt habe ich heute aber nicht die Zeit gefunden, da großartig draußen noch was zu machen, deswegen mache ich das wieder hier drin. Denn mich verfolgt immer noch die Forschung von Tode Oma, also das ist ein Spieler in Pokémon Go, der heißt Tode Oma, der hat mir diese nachträgliche, kostenpflichtige Ticket-Forschung für 5,99 Euro geschenkt, wo man am Ende wohl diese Halloween-Pose bekommt. Jetzt stand dann keine Seitenanzahl dabei. Das war mein größtes Problem. Du gehst da hin und du siehst, da steht einfach nur befristete Forschung, unheimliche Echos. Das würde bei jedem anderen heißen, das ist nur eine Seite. Jetzt habe ich abends einmal gedacht, okay, muss ich noch fix ein Video aufnehmen. Hier drin habe ich meine Ruhe, da muss ich nichts schneiden, da machst du One-Take, dann hast du ein Mikrofon, wo du reingeredest, da ist die Sprachqualität auch besser. Nimmst dir eine Seite. Wer das Video gesehen hat, ich verzweifle an der Forschung von Tode Oma, der weiß, was los war, nach der ersten Seite kam eine zweite Seite. Nach der zweiten Seite kam eine dritte Seite. Mittlerweile weiß ich, dass das Ding vier Seiten hat. Ich weiß aber nicht, was auf der vierten Seite ist. Diese zwei Kilometer Laufen sind halt jetzt mittlerweile auch fertig. Jeder normale Mensch hätte wahrscheinlich einfach schon längst alles abgeholt, aber ich will das trotzdem zeigen, wenn ich es abhole, was da drin ist. Ich hoffe, auf der letzten Seite kann man theoretisch nur Belohnungen abholen oder einfach sowas machen. Sonst sitze ich nämlich wieder hier und kann gefühlt nichts machen. Warte mal, das ist klein. Das fangen wir jetzt einfach mal so mit einem Ball. Wir fangen es jetzt einfach gemütlich. Der Rest der Tode Oma-Forschung, was schaue ich denn hier das Mikrofon über den Tisch? Die Reste von der Toten Oma werden jetzt hier erledigt. Das ist schon mal schlecht. Das ist ein Felilu. Als zweites, auf der dritten Seite, haben wir ein Mautzi. Mautzi müsste ich, glaube ich, sogar noch einmal entwickeln für einen Pokédex-Eintrag. Also man hat den normalen Snobili-Cut-Pokédex-Eintrag schon drin, aber zur Vollständigkeit könnte man das ja auch entwickeln, weil ihr seht, hier ist ein Schatten. Man muss halt umdenken. Man muss umdenken. Man muss, es ist alles... Seit der Main weg ist, seit man hier den Habanero spielt, muss man umdenken, sammelt keine Hunderter mehr, sammelt keine Shinies mehr, darf eigentlich gar keine legendären Raids mehr machen, muss auf alles verzichten, muss jetzt wieder gucken. Pokédex füllen, Platin-Medaillen holen, Level-Sachen, Aufgaben. Aber irgendwie, ja, hat man trotzdem immer was zu tun. Das merke ich ja auch. Dieses Nachttara hat 15 Angriffe. 15, 12, 12. Ja, nutzen manche eine GBL. Ich nicht. Hab Gefühl, doch keine GBL-Pokémon. Hier gibt es noch eine Brutmaschine. Dankeschön dafür, Tode Oma. Und hier ein Paragoni. Was es ja im Halloween-Event jetzt neu als Shiny gab. Habt ihr schon ein Shiny Paragoni? Ich hab bei Julchen, wie gesagt, eins als Buddy gesehen. Ich find, das Shiny Paragoni sieht richtig krass aus. Aber das sieht wirklich aus wie ein Geist. Ich find sogar, das sieht besser aus als Shiny Mega Gengar. Weil das ist halt so ein Fropfer und so richtig schön hellweiß. Aber das, dieses holzige, baumartige, was dann so grau-weiß wird, aber irgendwie altholzig-weiß-grau, sieht irgendwie noch besser aus als Shiny-Farbe. Find ich wie Mega Gengar. Das ist auch nix, aber ist ja auch egal. Und jetzt? Nein! Haben wir immer noch eine Seite übrig? Die Tode Oma verfolgt mich weiterhin. Das heißt, ich muss irgendwann nochmal ein Video machen. Lande 10 Curveball-Würfe. Fange 15 Pokémon vom Typ Geist. Da werde ich... Guck mal, ich kann noch nicht mal hier einen Stop drehen. Der Beutel ist voll. Das ist auf dem Free-to-Play-Account. Du hast halt nix. Du willst immer Pokémon-Platz machen. Bist bei 450 gerade. Denkst, wenn grad kein Siede ist, reicht der ja aus. Jetzt habe ich schon zweimal wieder meine Item-Box erweitert. Ich kriege ja jeden Tag 50 Münzen aus einer Arena. Alle vier Tage habe ich 200 Münzen zusammen und kann den Item-Platz erweitern. Ich bin schon wieder 35 Items drüber. Ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll. Ich schmeiß ja schon gefühlt alle Tränke weg und alles hier. Das kommt alles weg. Ich habe nur Toppe-Leber, die ich aufhebe. Hyper-Bälle hebe ich auf, falls wieder mal ein C-Day ist. Und, naja, rote Bälle, wenn du mal ein Go-Plus oder so spielen möchtest. Das heißt, ich kann eigentlich immer nur die blauen Bälle nehmen. Hier Bären sind gefühlt auch alles weggeworfen. Ansonsten hast du gar nichts weiter. Und du kannst trotzdem nichts fangen. Ich versuche jetzt einfach mal im Schnellfang-Trick hier, das, was hier rumsitzt, noch weg zu catchen für die Aufgabe. So, das sehen wir einfach fabelhaft. Da sehen wir hier nochmal ein Nebulak. Daneben, Nebulak. Da hier sitzt alles voll. Das hätte man schön mit roten Bällen alles wegmachen können. Denn ich muss ja jetzt das Video irgendwie füllen. Wenn ich jetzt nicht die letzte Seite abholen kann und die Pose anlegen, dann muss ich das Video irgendwie füllen. Also fangen wir mal an und fangen mal an ein paar Sachen, die hier rumsitzen. Vielleicht ist da ja sogar ein Shiny dabei. Wer weiß das schon. Könnte ja ein Shiny Zubat oder so plötzlich auftauchen. Ein Shiny Traumfugil. Schmeißen einfach erstmal alles hin. In der Zeit wird vielleicht noch die eine Aufgabe voll. Obwohl, warte mal, das waren 10 großartige Curveball-Würfel, glaube ich. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen beim Werfen drauf achten, wie wir werfen. Ich hoffe, der Adi klettert nicht auf die Mikrowelle. Da habe ich nämlich einen Pizzateller abgestellt, wo noch was zu essen drauf ist. Aber davor ist ein Beutelberg, wo er eigentlich gar nicht hochklettern kann. Also da habe ich schon aufgepasst, dass das passt. Dass das nicht passt. Also für ihn nicht passt, aber für mich passt, dass ich hier zwiks erstmal aufnehmen kann. Denn ich versuche ja jeden Tag, so 15 Uhr, meine Pokémon-Videos rauszuhauen. Hier ist jetzt alles weg. Da sitzt noch ein Pandimos. Dürfte ich aber auch schon im Pokédex-Eintrag haben. Äh, im Pokédex. Jetzt sind die blauen Bälle fort. Verdammt nochmal, die blauen Bälle sind fort. Jetzt können wir mal hier rein. Können hier aber das noch abholen. Was sicherlich auch ein Geist ist. Nämlich ein Makabaya. So, werfen wir auch mal großartig drauf. Was habe ich euch gerade gesagt? Wir müssen das Nobilikat eigentlich mal entwickeln. Aus dem Alola-Ding heraus. Das könnte man noch machen. Dann kann ich die Sachen nämlich auch wieder wegschmeißen. Guck mal, hier ist sogar ein 98er. Aber da brauche ich auch Entwicklungen. Aber da fehlen mir die Bonbons. Ich habe mir mal einen Tag gesetzt. Bei dem Tag Pokédex habe ich auch noch ein paar Sachen, wo ich was entwickeln muss. Guck mal, so ein ganz herkömmliches Rethan zum Beispiel. Entwickeln ein herkömmliches Rethan zu Arbok. Auch bei Arbok fehlt mir der Pokédex-Eintrage. Es ist ja jetzt gerade Kando-Pokémon. Am Anfang, als du angefangen hast, 2016, da saßen nur Kando-Pokémon überall rum. Das war alles richtig schön zu machen. Jetzt fehlen dir Sachen wie Ibitac. Ne, Ibitac habe ich. Ich sehe aber gerade, mir fehlt Habitac. Habitac gibt es nicht. Ibitac gibt es. So, das können wir eigentlich jetzt wegschmeißen, weil das brauchen wir ja nicht. Eletzeber hier müsste ich auch mal eins entwickeln für den Pokédex-Eintrag. Mach mal jetzt einfach Stück für Stück. Für die Levelaufstiege sind ja Pladin-Medaillen trotzdem auch erforderlich. Ist also wichtig, den Pokédex immer schön zu füllen. Viele Rockets zu machen. Viel Energie-WL zu machen. Viele Typen-Medaillen abzudecken. Also, du hast ja immer so viel zu tun. Showcase-Medaille. Tja, das wäre eine gewesen, wo man auch was mitmachen kann. Das tut mir jetzt ein bisschen weh, dass ich 25 Bonbons ausgeben muss, um Kaumalad zu Knarksel zu machen. Um das Knarksel dann wegzuschicken. Einfach nur, damit ich den Pokédex-Eintrag von Knarksel habe. Ja, man hätte auch für 800 das einfach tauschen können mit jemandem. Hast du ein Knarksel für den Pokédex? Gib mal her. Ja, danke, Bruder, Beste. Aber wir sind ja auf uns alleine gestellt. So, größtenteils. Wie gut ist das eigentlich? Wir können es uns mal angucken. Schlecht. Hat drei Sterne. Schlecht. Da ist das Mauzi, von dem ich geredet habe. Das entwickeln wir jetzt auch kurz durch. Dann war es das eigentlich schon. Ey, es sind schon wieder über acht Minuten. Was labert der die ganze Zeit? Ich habe einfach keinen Überblick. Ich habe noch eine Level 43 Aufgabe. Da muss ich etliches pushen. Da könnte man ja mal eine Habanero Max Out Monday Folge machen. So ein Special. Hier Traunfugil. Das kann ich noch entwickeln. Dann habe ich wenigstens jetzt mal diese Pokédex-Einträge fertig und weg. Mein Ziel war ja heute, ein Gruff im Video noch zu entwickeln. Mir fehlen aber die Bonbons. Ich laufe mit dem gerade ein bisschen. Ich habe schon überlegt, mal einen Raid zu machen. Mit gelber Beere zu fangen. Die letzten sechs Bonbons dann vielleicht zu kriegen. Aber eigentlich ist mir der Raid Pass zu schade. Aber eigentlich nützt mir da gerade auch nichts. Eigentlich nützt mir gar nichts was. Und ich weiß nicht. Das schickt man weg. Das hier, da haben wir die Bonbons da. Den musst du aber auch wieder als Buddy nehmen. Musst du als Buddy und dann 20 Herzen mit dem Kumpel verdienen, bevor wir den entwickeln können. So, hier sitzt jetzt noch ein Driftlon. Das können wir noch fangen. So, Driftlon großartig. Ist natürlich nicht drin. So, hier sind auch noch zwei Geister drin. Habe ich noch gar nicht abgeholt. Hier die Feldforschungen. Seht ihr, wie da einfach ein Geist drin ist? Boah, wenn ich jetzt nochmal ein Logmodul angemacht, dann hätte ich das ja fast geschafft. Aber dann hätte mir trotzdem das Ei gefehlt. Und hier bei Spezial blickst du gar nicht durch. Das wird nebenbei irgendwann mal fertig. Das muss ich in einem extra Video abholen. Da möchte ich mal eine Max Out Monday Folge machen. Findet deine Stimme. Ja, genau. Muss ich oben mit verbinden. Fangditto ist jetzt nicht hier. Ein Paldea-Abenteuer. Vielleicht können wir das noch fertig machen kurz. Nehmen wir hier die Bälle abholen. Und ein Logrogo entwickeln. Denn ich habe extra... Wie heißt das? Krogel genau. Krogel. Wenn wir so gucken. Nehmen wir das und das. Welches entwickeln wir? Wahrscheinlich halt das zweithöchste, oder? So. Ein Logrogo entwickeln. Achso, das heißt ja, wir müssen ein... ein Logro... Logrogo zu... Also ins Letzte, in die Endstufe bringen. Also wir müssen ein Logrogo zu... Ich weiß nicht, wie es heißt. Logrogo entwickeln mit 100. Das können wir machen. Okay, nehmen wir das zweithöchste. Entwickeln ein Logrogo zu... Was gleich dasteht. Ihr werdet es sehen. Seid gespannt, was gleich dasteht. Das ist auf jeden Fall unglaublich, was gleich dastehen wird. Dann habe ich wenigstens diese Aufgabe. Die ist ja auch schon ewig drin. Das war ja... Von Paldea-Zeugs hier. Skelo-Krog. Genau, habe ich doch gesagt. Ein Eschern und Flammenwurf. Den können wir aber erstmal aufheben, weil den finde ich cool. Jetzt kann ich hiervon aber wenigstens das abholen. So. Wo ist es? Hier. Nochmal 2000 EP. Ein Paldea-Abenteuer. Und hier gibt es jetzt nochmal 900 EP. Und es gibt ein Paamo. Ein Paamo, habe ich die ganze Zeit gedacht. Oh, hoffentlich kriegst du da einen 100er. Du findest das so süß. Und dann habe ich gesehen, das erreicht so wenig wie P. Selbst ein 100er auf Level 50 wäre da eigentlich absolut Schrott. Deswegen wollte ich dann keinen 100er mehr und einfach nur ein Paamo aufheben, weil das halt süß ist. Dann holen wir jetzt die letzte Seite noch ab. Falls man da was abholen kann. Oh, da können wir nichts abholen. Das heißt, hier haben wir auch noch einiges zu tun. Erkunde 80 Kilometer. 100 Arten von Pokémon fangen verschiedene. 150 Feldforschungsaufgaben, 50 Power-Ups und 14, also Pokémon an 14 verschiedenen Tagen fangen. Da gibt es am Ende ein Glücksei. Das muss man sich mal vorstellen. Zum Glück haben wir das jetzt aber weitergemacht. Denn jetzt habe ich ja hier 43 Power-Ups und hier habe ich 50 Power-Ups. Das heißt, wenn ihr vielleicht nächsten Monat mal so eine Maxout-Mania-Folge machen würdet, um beim Habanero-Account ein bisschen was zu pushen, kann ich gleich beide separat, beide parallel zueinander abschließen. Wäre ja richtig assi gewesen. Du machst hier 43 Power-Ups und dann kommen die und sagen, mach nochmal 50. So, ansonsten nehmen wir hier noch das Dog-Attick mit, um das Video weiter schön zu strecken. Oh, da nehmen. Oh mein Gott. Fangen 200 verschiedene Arten. Ja, da sind wir ja gerade dran. So, wie sieht es bei euch aus? Was macht ihr momentan so? Ich bin immer noch dabei, irgendwie meinen Itembeutel zu erweitern. Die Tote-Oma-Forschung endlich abzuschließen, aus dem ganzen Wirrwarr der Spezialforschungen rauszukommen und immer wieder irgendwie für Level-Ups muss ich Rockets machen. Da warte ich aber auf die Rocket-Übernahme. Am Donnerstag geht schon wieder alles gleichzeitig los. Also, es ist alles sehr verworren. Das war es von meiner Seite aus. Und jetzt sehe ich gerade Darkrai. Ich habe die ganze Zeit vergessen, das Maskottchen einzublenden. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Euer Darkrai, euer Vorhaut, euer Ramses. Ciao.